Ah, Kurt tickt wieder gnadenlos runter, nur noch drei Sekunden auf den Schott klopft. Heinzmann wird ihn jetzt nehmen. Und versenken! Und dann steht natürlich die Halle kopf. Das ist in etwa so, als wenn Dennis Rodman den Liga bei den Bulls getroffen hat. Eieiei, Wahnsinn. Das ist natürlich bitter für die Gäste. Da verteidigst du 23 Sekunden lang wirklich gut. Und das hier ist ein riesen Dreier.